Wir kommen daher aus dem Morgenland. Wir kommen geführt von Gottes Hand. Wir wünschen euch ein fröhliches Jahr. Haschbar. Milch im Ohr. Wo ist denn bald im Wasser? Ach, wahrscheinlich in den tollen Geschäften in der Bahnhofstraße. Verlust gegangen. Wo geht's denn jetzt bitte schön zum Stall von Bethlehem? Ich weiß doch auch nicht. Es hieß, am Jerusalemer Tor scharf links abbiegen und dann kommt der Stall von Bethlehem. Das nächste Mal fahren wir mit Navi. Und der Ofen hier ist auch aus. Das wird heute nichts mehr. Ich zünd mir jetzt erstmal wieder einen an. Ja, aber... Oh... 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 Das war's für heute.